Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann dich fragen, das als zu singen. Ich kann dich fragen, das als von dir zu erzählen. Ich kann dich fragen, das als ich weise, mein ganzes Leben lang. Ich kann dich fragen, von dem, was du getan hast. Du kannst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst. Du machst wieder deinen Podcast, ist klar, ne? Ja, grüß mal die Welt. Grüß mal die Welt, hallo, grüße. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, yes. Mein Name ist Tina. Hallo, Daniel. Ich könnte loken. Hallo. Hier werden wir hergerichtet, wie ihr sehen könnt. Oh. Ihr werdet den Unterschied gleich sehen auf der Bühne. Vorher und nachher. Komm und ruhe dich aus, lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruhe dich aus bei mir. Komm und ruhe dich aus, lass deine Sorgen bei mir. Komm und ruhe dich aus. Gott. Sehr gut. Hallo. Komm. Musik Musik Liebe Leute, ich bin hier der Video-Welt und mal gucken, was die hier so machen. Hallo! Was machst du? Ich mache die Lyrics im Hintergrund. Sehr gut. Den hier kennt ihr schon. Ja, ich bin der Viktor. Der Viktor ist überall. Ich bin hier in der Zentrale of the world. I can see everything. Ja, ja, ja. Ja, ich steuere immer die Musikkarte. Für Fernsteuerung. Weißt du auch, was jedes Knöpfchen bedeutet hier bei diesem Ding? Ja, die meisten. Hier ist zum Beispiel der Make-It-Coffee-Knopf. Und dann hier gibt es Go-Sleep-Knopf. Ah, das sind die wichtigsten zwei auf jeden Fall. Sehr gut. Nils. Hi. Hey, Darren. Yes. Say hello. Hello, this is very close up. Do you know any German? Eins, zwei, drei. Good. He's the best director. Oh, great, yes. Madness, madness. Well, hello. Daniel. So, liebe Leute, wir sind bei Willow und hinter uns sträuben gerade die Leute rein. Letzter Tag, letzte Session. Und die Leute sichern sich die besten Plätze. So, liebe Leute. Das war's von der Willow-Konferenz. Es ist jetzt eine Stunde nach Willow Ende. Und wie ihr seht, ist die Halle schon wieder fast im Originalzustand. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. So, liebe Leute. Mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben lang. Mein ganzes Leben. Oh, oh. Ich kann nicht sagen, dass das zu singen. Oh, oh, oh.